Otto von Bismarck 1815 bis 1898 Der Lotse geht von Bord, kommentiert eine Londoner Zeitung die Entlassung des eisernen Kanzlers Otto von Bismarck, als dieser 1890 von der politischen Bühne abtritt und der junge Kaiser Wilhelm II. das Ruder des Staatsschiffes selbst in die Hand nimmt. 23 Jahre lang hatte Bismarck das deutsche Reich mit aller Strenge und Kraft regiert. Ihm ist letztlich die Einigung Deutschlands zu verdanken und seine Spuren finden sich noch heute zum Beispiel im deutschen Sozialsystem. Am 1. April 1815 kommt Otto Eduard Leopold als viertes Kind von Karl Wilhelm Ferdinand von Bismarck und seiner Frau Luise Wilhelmine in Schönhausen bei Magdeburg zur Welt. Die Kindersterblichkeit ist groß in jenen Jahren. Nur Otto, der fünf Jahre ältere Bruder Bernhard und die zwölf Jahre jüngere Schwester Malwine erreichen das Erwachsenenalter. Vater Karl stammt aus einem alten preußischen Adelsgeschlecht, das seit Jahrhunderten in der Altmark ansässig ist. Die Mutter ist in einer gutbürgerlichen Gelehrtenfamilie aufgewachsen und stark von der liberalen Gesinnung ihrer Eltern geprägt. Als Otto sechs Jahre alt ist, kommt er auf eine Schule nach Berlin. Er genießt eine fundierte, aber strenge Ausbildung, die von preußischer Disziplin und Gehorsam geprägt ist. Nach seinem Schulabschluss 1832 beginnt er in Göttingen Jura zu studieren. Doch schon ein Jahr später wechselt er an die Universität in Berlin, wo er 1835 sein erstes Staatsexamen absolviert. Nach einem Referendariat am Königlichen Staatsgericht in Berlin wird der junge Bismarck 1836 als Regierungsreferendar in Aachen vereidigt. Aber die Arbeit macht ihm keinen Spaß. Darüber hinaus leidet er unter Heimweh. So lässt er sich schließlich wegen Unwohlseins beurlauben. Doch als sich die genehmigte Urlaubszeit dem Ende zuneigt, denkt Bismarck gar nicht daran, nach Aachen zurückzukehren. Eigenmächtig und ohne seine Arbeitgeber zu informieren, überzieht er seine Ferien, was schließlich zu seiner Entlassung führt. Aber Otto von Bismarck hat Glück. Er kann sein Referendariat in Potsdam fortsetzen, ohne dass ihm durch sein leichtsinniges Verhalten ein Nachteil entsteht. Da die trockene Aktenarbeit ihn aber nach wie vor nicht ausfüllt und er im Laufe der Zeit eine regelrechte Aversion gegen die einengende Bürokratie und den monotonen Rhythmus der Juristerei entwickelt, bricht er bereits sechs Monate später auch in Potsdam seine Ausbildung ab. Stattdessen meldet er sich als einjährig Freiwilliger zum Militärdienst. Als 1839 Bismarcks Mutter stirbt, kehrt er nach Hause zurück und übernimmt zusammen mit seinem Bruder Bernhard die Bewirtschaftung der elterlichen Güter Kniephof, Küls und Jarchelin in Pommern. Nun ist Otto von Bismarck glücklich. Er liebt es, viel Zeit in der Natur zu verbringen, mit Freunden zu feiern und auf die Jagd zu gehen. Schnell erhält er den Beinamen der Wilde. Als nach einigen Jahren der Vater stirbt, zieht Otto nach Schönhausen und übernimmt 1846 die Verwaltung des dortigen Landsitzes. Er verliebt sich in die Gutsbesitzerstochter Johanna von Puttkammer und heiratet sie 1847. Im selben Jahr startet der inzwischen 32 Jahre alte Otto von Bismarck auch seine politische Karriere. Als ein Abgeordneter erkrankt, rückt er als dessen Stellvertreter in den Vereinigten Preußischen Landtag nach. Schnell wird deutlich, dass sich Bismarck voll und ganz seiner preußisch-monarchischen Herkunft verpflichtet fühlt und liberale Tendenzen ihm zuwider sind. Diese Abneigung tut er bei jeder Gelegenheit kund. Wo es geht, verspottet und beschimpft er öffentlich seine politischen Gegner. Regelmäßig rufen seine impulsiven Reden im Landtag lautstarke Proteste hervor. Als sich im April 1848, nach diversen Unruhen im Lande, der zweite Vereinigte Preußische Landtag formiert, zieht Bismarck als ordentlicher Abgeordneter dort ein. Schon drei Jahre später, im Juli 1851, geht der ehrgeizige Politiker zusammen mit seiner Frau und den beiden Kindern, Marie und Herbert, als preußischer Gesandter an den Bundestag nach Frankfurt am Main. Hier verfolgt er das Ziel, die Gleichstellung Preußens mit der Präsidialmacht Österreich zu erreichen. Doch schon bald muss er erkennen, dass die Österreicher kein Interesse daran haben, ihre eigene Vormachtstellung zugunsten der Preußen aufzugeben und stattdessen lieber Bündnisse mit südeuropäischen Staaten schließen. Obwohl er mit seinem politischen Ziel scheitert, profitiert Bismarck von der Frankfurter Zeit. Von den österreichischen Abgeordneten lernt er die Kunst der Diplomatie. Sowohl die Redekunst, die die Schüler Metternichs perfekt beherrschen, als auch das Spinnen von Intrigen geht ihm schnell in Fleisch und Blut über. Als er 1859 als Gesandter nach St. Petersburg reist und kurze Zeit später für einige Monate in Paris weilt, wird ihm, der einst aufgrund seiner ländlichen Herkunft als Krautjunker belächelt wurde, von allen Seiten höchstes diplomatisches Geschick konstatiert. Ein Lob, das auch König Wilhelm I. zu Ohren kommt und schließlich am 8. Oktober 1862 zur Ernennung Bismarcks zum preußischen Ministerpräsidenten und Minister des Auswärtigen führt. Auch in seinem neuen Amt lässt Bismarck keine Zweifel an seiner monarchistischen Gesinnung aufkommen. Vehement setzt er sich in einer Auseinandersetzung mit liberalen Parlamentsmitgliedern, in der es um den Militärhaushalt geht, für die Rechte der Krone ein. Innenpolitisch weitet er damit, den Heeres- und Verfassungskonflikt der Preußen seit einiger Zeit zu schaffen macht, weiter aus. Besonders seine sogenannte Blut-und-Eisen-Rede, die er am 30. September 1862 vor der Budgetkommission des Abgeordnetenhauses hält, schürt die innenpolitischen Auseinandersetzungen. Nicht durch Reden und Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut, heißt es darin. Was Bismarck als patriotischen Appell gemeint hatte, wird sofort als Kriegstreiberei ausgelegt und ihm von seinen Gegnern schwer angelastet. Doch außenpolitisch kann er durch kluge Schachzüge glänzen. Zunächst sorgt er dafür, dass Preußen Russland im Polenaufstand unterstützt. Danach kämpft Preußen gemeinsam mit Österreich im deutsch-dänischen Krieg um die Zugehörigkeit von Schleswig und Holstein zum Deutschen Bund und schließlich stellt sich Bismarck 1866 gegen Österreich, um die Auflösung des Deutschen Bundes zu erreichen, was ihm auch gelingt. Die Schlacht bei Königgrätz bringt die Entscheidung für Preußen, dass von diesem Zeitpunkt an die Vorherrschaft über Norddeutschland hat. König Wilhelm ist zufrieden mit Bismarck und belohnt seinen erfolgreichen Minister mit 400.000 Talern und der Ernennung zum Kanzler des norddeutschen Bundes im Juli 1867. Im selben Jahr kommt es zu Aufständen in Spanien, in deren Verlauf Königin Isabella II. entthront wird. Auf der Suche nach einem Nachfolger fällt die Wahl auf den deutschen Prinzen Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen. Dieser reagiert zunächst zurückhaltend, lässt sich aber schließlich von Bismarck überreden, 1870 offiziell als König von Spanien zu kandidieren. Für Kaiser Napoleon III. von Frankreich ein Affront. Unter keinen Umständen kann er dulden, dass ein deutscher Prinz den spanischen Thron besteigt. Umgehend schickt er deshalb seinen Gesandten, Graf Benedetti, zum preußischen König Wilhelm, der zu dieser Zeit gerade zu einem Kuraufenthalt in Bad Ems weilt. Die Forderung Frankreichs ist eindeutig. König Wilhelm soll versichern, dass der Prinz seine Kandidatur zurückziehe und dass das Haus Hohenzollern auch zu keinem späteren Zeitpunkt Ansprüche auf den spanischen Thron geltend machen werde. Als Bismarck durch ein Telegramm, das ihm sein Mitarbeiter Heinrich Abeken zukommen lässt, über die Forderung Frankreichs in Kenntnis gesetzt wird, nutzt er die Gunst der Stunde. Schnell sorgt er dafür, dass noch am selben Tag eine Sonderausgabe der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung erscheint, in der in stark gekürzter und von Bismarck redigierter Form die Emser Depesche abgedruckt wird. Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich-französischen Regierung von der königlich-spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an seine Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegrafiere, dass seine Majestät der König sich für alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Kandidatur wieder zurückkommen sollten. Seine Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass seine Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe. Frankreich reagiert brüskiert. Wie konnte man es wagen, einen französischen Botschafter derart bloßzustellen? Unverzüglich folgt die Kriegserklärung gegen Preußen. Bismarcks Plan ist aufgegangen. Da nicht Preußen, sondern Frankreich den Krieg erklärt hat, können die süddeutschen Staaten schnell als Bündnispartner gewonnen werden. Frankreich ist isoliert. Nach Siegen bei Weißenburg, Wörth und Spichern gibt schließlich die Schlacht bei Sedan den Ausschlag für die Kapitulation der Franzosen am 2. September 1870, bei der Kaiser Napoleon III. in preußische Gefangenschaft gerät. Ungehindert rücken die deutschen Truppen nun nach Paris vor. Auf heftiges Drängen Bismarcks erklärt sich der preußische König Wilhelm I. schließlich bereit, sich zum deutschen Kaiser krönen zu lassen. Es ist der 18. Januar 1871. Der Ort, der Spiegelsaal von Versailles. Für die Franzosen eine Demütigung und für Bismarck der Beweis für die Bedeutung Preußens in Europa. Als Lohn für sein taktisches Kalkül wird Bismarck im März 1871 auf dem ersten deutschen Reichstag zum Reichskanzler ernannt und in den erblichen Fürstenstand erhoben. Außerdem erhält er den Sachsenwald als Dotation, wo später sein Landsitz Friedrichsruh entsteht. Frankreich kommt der verlorene Krieg teuer zu stehen. Im sogenannten Frankfurter Frieden werden das Elsass und Teile Lothringens dem deutschen Reich zugesprochen. Außerdem muss eine Kriegsentschädigung von 5 Milliarden Franc an Deutschland entrichtet werden. Von außen wird die Stärkung Preußens skeptisch beäugt. Umso wichtiger ist es für den Reichskanzler Bismarck, vorsichtig und betont friedlich aufzutreten. Sein Ziel ist es, ein umfassendes Bündnissystem zu schaffen, das die Vormachtstellung Preußens dauerhaft sichert. So wird 1873 das sogenannte Drei-Kaiser-Bündnis geschlossen, das das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland zu Partnern werden lässt. Die Einigung, die Bismarck außenpolitisch gelingt, bleibt ihm innenpolitisch versagt. Die Reichsverfassung, die er 1871 verkündet, kann lediglich als Kompromiss zwischen dem Reichstag und dem Bundesrat gesehen werden. Während der Reichstag aufgrund des allgemeinen Wahlrechts vorwiegend aus liberalen Mitgliedern besteht, setzt sich der Bundesrat aus Vertretern der 25 Einzelstaaten des Deutschen Reichs zusammen, die sich der monarchisch-föderalistischen Ordnung verpflichtet fühlen. So ist Reichskanzler Bismarck das Oberhaupt einer Regierung, die zwei politische Strömungen mit wenig gemeinsamen Zielsetzungen verfolgt. Zum Eklat kommt es, als Bismarck 1873 die politische Reglementierung des kirchlichen Lebens durchsetzt. Da er befürchtet, dass sich die katholische Bevölkerung dem Papst näher fühlt als dem deutschen Kaiser und er darin eine innenpolitische Gefahr wittert, versucht er, die Rechte der Kirche zu beschneiden. Erstmals in der Geschichte kommt es zu einer deutlichen Trennung zwischen Kirche und Staat. So führt Bismarck neben der kirchlichen die standesamtliche Eheschließung und unter anderem das Aufsichtsrecht des Staates über das Schulwesen ein. Die Kirchenfürsten sind erbost über diese Maßnahmen und auch die katholische Bevölkerung will sich diesen neuen Gesetzen nur widerwillig beugen. Die Empörung gipfelt in einem Attentat, das der katholische Böttchergeselle Kullmann am 13. Juli 1874 in Kissingen auf den Reichskanzler verübt. Bismarck wird dabei nur leicht verletzt. Doch nicht nur die Katholiken fühlen ihre Rechte durch die Regierung beschnitten, auch die immer stärker werdenden Arbeiterparteien machen Bismarck das innenpolitische Leben schwer. Als Lassalle und Liebknecht den Allgemeinen Deutschen Arbeiterverband und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei 1875 zur SAP, zur Sozialistischen Arbeiterpartei, zusammenführen, fürchtet das Bürgertum um seinen Besitz. Bismarck, dem diese politische Strömung zutiefst zuwider ist, versucht gesetzliche Handhabe gegen die SAP zu bekommen und entwirft Horrorszenarien, die von dieser Partei ausgehen könnten. Nachdem ein Attentat auf Wilhelm I. verübt wird, gelingt es Bismarck schließlich, ein Gesetz wieder die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie, das sogenannte Sozialistengesetz, im Reichstag durchzubringen. Obwohl von nun an sozialdemokratische Vereine verboten sind und entsprechende Schriften beschlagnahmt werden können, gelingt es nicht, die SAP und die inzwischen gegründeten Gewerkschaften zu zerschlagen. Um die Arbeiterschaft trotzdem von diesen Vereinigungen abzuziehen und für sich zu gewinnen, betreibt Bismarck eine arbeiterfreundliche Sozialpolitik. 1883 wird das erste deutsche Krankenversicherungsgesetz verabschiedet, 1884 das Unfallversicherungsgesetz und 1889 das Gesetz über die Invaliditäts- und Altersversicherung. Doch in dieser Zeit der Unruhe ereignet sich noch etwas anderes. 1888 erleben die Deutschen das sogenannte Drei-Kaiser-Jahr. Nach dem Tod Wilhelms I. besteigt sein Sohn als Friedrich III. den Thron. Aber schon kurze Zeit später stirbt auch er. Nun ist im selben Jahr der dritte Regent an der Macht. Der Enkel Wilhelms I. übernimmt als Wilhelm II. das Zepter. Zunächst hat Bismarck an dem jungen Regenten wenig auszusetzen. Er ist sich sicher, dass Wilhelm II. wie sein Großvater an ihm als Reichskanzler und treuem Berater festhalten würde. Doch der junge Wilhelm will eigene Entscheidungen treffen und sich nicht von Bismarck vorschreiben lassen, was richtig und falsch ist. Am 18. März 1890 entlässt Wilhelm II. Otto von Bismarck nach 23 Jahren als Reichskanzler. Dieser ist am Boden zerstört. Denn das Entlassungsgesuch, das er selbst eingereicht hatte, war als Drohgebärde gegen den jungen Regenten gemeint. Ein Machtmittel, wie er es auch bei dessen Großvater Wilhelm I. regelmäßig eingesetzt hatte, wenn dieser nicht seiner Meinung war. Dass der junge Kaiser ernst machen und ihn wirklich entlassen würde, damit hatte Bismarck nicht gerechnet. Auch die offizielle Versöhnung 1894 kann die Kluft, die ab diesem Zeitpunkt zwischen Bismarck und Wilhelm II. besteht, nicht mehr schließen. Zurückgezogen auf seinem Landsitz Friedrichsruh verbringt Otto von Bismarck seinen Lebensabend bis zu seinem Tod am 30. Juli 1898. 1898, gequält von der innenpolitischen Niederlage, den Aufschwung der sozialistischen Bewegung trotz aller Anstrengung nicht verhindert zu haben. Denn bei Bismarcks Entlassung ist die SAP nicht nur in der Regierung vertreten, sie ist nach der Wahl im Februar 1890 sogar die stärkste Partei. Doch trotz seiner eigenen negativen Einschätzung der Lage überlebt sein Reich den Ersten Weltkrieg und zerbricht erst am Größenwahn der Nationalsozialisten. Seine sozialpolitischen Reformen hingegen haben bis heute Fortbestand und waren der Grundstein für den Sozialstaat Deutschland. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und ohne vereinen Untertitelung des ZDF für funk, 2017